Willkommen auf einer Reise durch die zwölf Dimensionen des Bewusstseins. In diesem Video möchte ich ein Modell von Burkhard Heim vorstellen, welches alle Ebenen und Bewusstsein darstellt und zueinander in Bezug setzt. Der Physiker Burkhard Heim war ein genialer Wissenschaftler, der von einigen Menschen sogar als der Deutsche Stephen Hawkins bezeichnet wird. Sein Modell ist bereits über 40 Jahre alt und dennoch eine Wissensgrundlage von großem Wert. Denn nur wenn wir von der Existenz höherer Bewusstseinszustände ausgehen, wird der nächste Evolutionsschritt überhaupt vorstellbar. Das von mir entwickelte Mindflow-Konzept greift dieses Modell als Grundlage auf. Mindflow arbeitet mit dem G4-Zustand. Das ist ein höherer Bewusstseinszustand, in dem du dich komplett entspannen und die Geschenke des Lebens annehmen kannst. Hier können Blockaden gelöst und energiefrei gesetzt werden. Befinden wir uns in diesem Zustand, richten sich die Dinge energetisch nach uns aus und wir können mit Nicht-Tun und Nicht-Wollen alles erreichen. Vermutlich hast du diesen Video gefunden, weil du bereits ein Gespür dafür entwickelt hast, dass diese Welt aus mehr als nur dem besteht, was wir mit dem Verstand erfassen können. Dennoch werden wir die folgenden Inhalte ein besseres Verständnis dafür anbieten, was der G4-Zustand ist, wo du ihn im Großen und Ganzen einordnen kannst. Nun lass uns abtauchen in eine Welt, in der alles möglich ist. Das Zwölf-Dimensionen-Modell führt uns zu der alles umfassenden Annahme, die je nach Sprachgebrauch als Erleuchtung all-eins, universelles Bewusstsein, Tao oder auch Gott beschrieben werden kann. Angefangen bei der 0. Dimension, dem absoluten Stillstand, können wir sogar von 13 Dimensionen sprechen. Die Feldtheorie von Burkhard Heim basiert auf komplexen mathematischen Formeln, auf die ich in diesem Rahmen nicht genau eingehen werde. Um das Ganze anschaulich, kurz und nachvollziehbar zu gestalten, haben wir die Inflationen also auf das Wesentliche reduziert. Möchtest du mehr Details zu diesem Thema erfahren, lade ich dich herzlich ein, dir mein Buch, das Mindflow-Konzept, einmal genauer anzusehen. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Doch nun beginnen wir mit unserer Reise. Die 0. Dimension, der absolute Stillstand, keine Bewegung, es gibt kein Links, kein Rechts, kein Oben oder Unten. Die 1. Dimension, unser Punkt, beginnt durch einen Impuls, in einer Dimension zu vibrieren. Eine Schwingung oder Frequenz gab den Anstoß. Nun bewegt er sich in eine Richtung und er kann vor und zurück auf seine Linie, allerdings ist er eindimensional, ohne Breite. Dicke oder Höhe. Diese Linie ist die X-Koordinate. Gibt es davon nun mehrere, die sich kreuzen, ist eine Interaktion an den Schnittpunkten dieser X-Achsen möglich. Da, wo zwei Achsen sich kreuzen, bildet sich ein Punkt, welcher allerdings zur darüberliegenden Dimension der 0. Dimension gehört. Woher diese Interaktion dann kommt, weiß man in der 0. Dimension nicht. Begriffe wie vorwärts oder rückwärts gibt es in diesem Level noch nicht. Zweite Dimension, unsere Linie in der ersten Dimension weiß auch noch nichts davon, dass sie sich im zweidimensionalen Raum bewegen kann. Für sie gibt es nur vor und zurück entlang der X-Achse. Höhe und Dimension sind für sie nicht wahrnehmbar. Ein tristes Dasein, mit dem wir uns zum Glück nicht lang aufhalten müssen. Kommt nun noch mehr Energie ins Spiel, beginnt unsere Linie auch nach links und rechts zu vibrieren, entlang der Y-Koordinate. Auch hier geht es zunächst einmal nur in eine Richtung weiter, aber immerhin entsteht nun eine Fläche. Es gibt eine bekannte Länge sowie ein Vor- und Zurück. Nun können wir das Spiel nach links und rechts steuern. Zwar ist alles flach, ohne Höhe, Dicke oder Tiefe, doch auch mit zwei Dimensionen ist bereits eine Menge Aktion möglich. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Und wieder findet die Interaktion an den Schnittpunkten statt, die die darüber liegenden Dimensionen die Länge darstellen. Und auch hier weiß die Linie nichts davon, dass sie sich im dreidimensionalen Raum bewegen kann. Für sie gibt es nur die Pac-Man-Welt. Dritte Dimension. Fügen wir noch mehr Energie hinzu, beginnt auch die Fläche zu vibrieren. Und zwar nach oben, unten, entlang der Z-Koordinate. Nun gibt es vorwärts, rückwärts, links und rechts, oben und unten. Endlich befinden wir uns in der räumlichen Welt, in der wir Körper und Formen, Entfernungen und Verhältnisse so wahrnehmen, wie wir es normalerweise tun. Als könnte man sie anfassen. Der Raum ist entstanden. Vierte Dimension. Wieder weiß der Raum nichts davon, dass er sich bereits in der vierten Dimension der Zeit bewegen kann. Da Raum und Form sich bilden und vergehen kann, unterliegt er jedoch bereits der Zeit. In der vierten Dimension angekommen, ist nun auch Bewegung in der Zeit möglich und Interaktion findet an Schnittpunkten statt. Alles entsteht und vergeht. Dabei hat die Zeit nicht den leisesten Schimmer, dass sie sich bereits in der fünften Dimension bewegt. Geist und Psyche, Physis und Bios kann sie nicht wahrnehmen. Nun verlassen wir das Raum-Zeit-Kontinuum und begeben uns in das energetische Steuerungsfeld. Fünfte Dimension. Familienaufstellungen oder Rückführungen hast du bereits für hokus pokus oder totalen Quatsch gehalten. Herzlich willkommen in der fünften Dimension, in der energetische Reisen durch die Zeit möglich sind und im Jetzt Änderungen bewirken können. Du dachtest, die Zeit kann nur vorwärts für Bewegung sorgen? Lasse dich von hier aus von der fünften Dimension eines Besseren belehren. Die fünfte Dimension ist die Astralebene. Hier befinden sich Psyche, Geist, Physis und Bios. Sie ist der Strukturraum 1. Ab hier wird das Beschreiben schwierig, denn allein mit dem Vorstellungsvermögen sind die Aspekte dieser Bewusstseinsebene nur schwer vorstellbar. Man muss sie erfahren, aber wir versuchen es dennoch und fügen dem System noch mehr Energie hinzu und es werden Wunder möglich. Wir können an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, durch die Berge wandern und gleichzeitig bei einem großen Konzert teilnehmen. Der Raum wird bedeutungslos, denn wir können überall sein. Sechste Dimension. Fügen wir noch mehr Energie hinzu, wartet bereits das nächste Feld auf uns. Die sechste Dimension ist der Strukturraum 2. Hier befinden wir uns auf der Mentalebene, in der es um Sinn und Zweck geht. Alles ist gleichzeitig und am gleichen Ort beziehungsweise Zeit und Raum lösen sich auf in jetzt und hier. Bisherige Strukturen des Verstandes greifen nicht mehr. Siebte Dimension. Verlassen wir nun auch diese Ebene und steigen auf in die siebte Dimension, erreichen wir das globale universelle Informationsfeld. Das individuelle Informationfeld ist die Saalebene 1. Ab hier befinden sich alle weiteren Dimensionen nicht mehr im Energieraum, sondern im Informationsraum. Alles besteht aus Informationen. Wir haben die Welt der Formen verlassen. Alle Teilchen müssen wissen, wie sie zusammengehören. Atome, Elektronen und Neutronen müssen ihre Anordnung finden, damit ein bestimmter Stoff entstehen kann, damit Materie entstehen kann, damit das Universum existieren kann. Achte Dimension. Erneut fügen wir Energie hinzu. Die achte Dimension ist das Informationsfeld 2, das kollektive Informationsfeld und die Kausalebene 2. Informationen sind hier kollektiv verbunden, wie ein spirituelles Netzwerk, eine unsichtbare Schwarmintelligenz, die zu jedem Thema befragt werden kann. Gemeinsam wissen wir mehr als alle einzelnen Teile zusammen. Man muss sich nur an dieses Netz anschließen und mit ihm verbunden sein. Wer zum Beispiel die Arbeit mit der Akasha-Chronik kennt oder schon einmal dabei war, wenn eine größere Gruppe von Menschen gemeinsam in die höheren Bewusstseinszustand wechselt, kann sich vorstellen, welche Informationen hier zugänglich werden. Die neunte Dimension. Gehen wir nun mit noch etwas mehr Energie eine Ebene höher, erreichen wir das universelle Bewusstsein und haben das Informationsfeld verlassen. In Dimension 9 begegnen wir unserer Seele. Hier entdecken wir die Essenz unseres individuellen Daseins. Hier sind alle bisherigen Dimensionen integriert. Hier landen wir im G4-Zustand, von dem aus wir Energie von außerhalb des bisherigen geschlossenen Systems beziehen können. Hier wird die Dualität aufgehoben. Das Urteilen, das Wollen und das Müssen. Zehnte Dimension. Erreichen wir ein noch höheres Energielevel, gelangen wir in die zehnte Dimension. Das All-Eins-Bewusstsein. Alles ist eins und eins ist alles. Elfte Dimension. Fügen wir noch mehr Energie hinzu, gelangen wir fast bei der Erleuchtung an. Die elfte Dimension ist der göttliche Wille, Absicht und Sinn. Wo eine Absicht ist, entsteht aus der Absicht heraus das, was beabsichtigt war. Dafür bedarf es nicht einmal ein Tun, es reicht allein die Absicht. Mit dem Verstand kann man sich das kaum vorstellen, welche Wunder auf dieser Ebene geschehen. Zwölfte Dimension. Die letzte Steigerung ist dann die zur zwölften Dimension. Zu Gott. Hier finden sich keine Worte mehr, um diesen Bewusstseinszustand zu beschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017